Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Phil Filler. Heute geht es um die Verlosung der Diamant Skull & Roses Tinte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Verlosung. Hier haben wir die Skull & Roses Tinte von Diamant. Um diese Tinte zu gewinnen, musstet ihr einfach bloß einen Kommentar zu dieser Tinte in meinem Review schreiben. Das haben einige Leute getan und jetzt legen wir los mit der Verlosung. Hier habe ich zum Beispiel eine stilechte Wahlurne. So, legen wir los. Wir haben hier Curry Murray. Curry Murray, weiß ich gar nicht, ob das jetzt weiblich, männlich oder divers ist. Auf jeden Fall findet der oder diejenige die Tinte super. Kommt daher in die Wahlurne. Als nächstes haben wir hier zum Beispiel Writing Delight Deutsch. Writing Delight ist ein YouTube-Kollege und hat auch einen Blog. Ein Video dazu habe ich euch auch schon gemacht. Deutsch deswegen, weil Writing Delight, die Videos gibt es auch auf Englisch. Also wer zum Beispiel seine Englischkenntnisse verbessern will oder behalten möchte, kann sich die Videos auch gerne auf Englisch anschauen. Jetzt habe ich hier den Armin Jung. Der kennt die Tinte schon. Hätte es aber auch gerne. Ja, dann haben wir hier Schwester Sven. Der findet die Tinte auch schon und hätte sie deswegen auch sehr gerne. Hier haben wir den Axel Augustin. Axel ist aus Halle und würde die Tinte auch gerne mal probieren. Hier haben wir den Rüdiger 1959. Da würde ich die Tinte auch gerne mal probieren. Kennt sie auch noch nicht. Dann haben wir hier die Katrin Heist. Die Katrin, die ist zufällig über Postcrossing. Also ich habe mal so ein Spezialvideo veröffentlicht. Und da ist die Katrin auf mich aufmerksam geworden und hat dann hier auch beim Gewinnspiel mitgemacht. Dann habe ich noch den T oder die Tui oder Tui. Ja, hat die Berlin Nummer 1 Tinte schon und würde die gerne mal vergleichen. Dann habe ich hier den nächsten YouTube Kollegen von mir. Das ist Penperium. Penperium macht ziemlich gute Videos und die haben auch immer so einen witzigen Aspekt, weil die Fülle haben nochmal einen separaten Auftritt bei ihm im Video. Finde ich ganz gut gemacht. Schaut es euch einfach mal an. Dann habe ich hier M. Westb oder M. Westb 1959. Mag die Tinte und würde sie dann auch gerne mal probieren. Hier habe ich den Leo oder die Leo. Mag die Tinte auch und würde sie auch gerne probieren. Kurpiam hat gerne, also schreibt anscheinend Kalligrafie mäßig und wird da gerne die Tinte für Grußkarten verwenden. Funktioniert ganz schön. Also die Tinte eignet sich gut dazu. Dann habe ich hier den Uwe W. Wäre seine erste Schiedentinte, wenn er sie gewinnt. Viel Glück. Dann habe ich hier Hans Huth. Mag dezente Schientinten und dazu CD-Schientinte hier. Ja, auf jeden Fall. Hier habe ich den Marc Kröpplin. Der Marc wird die verwenden für Briefe und Karten. Hat er, glaube ich, geschrieben. Hier habe ich den Ralf J. Ralf J. verwendet, glaube ich, wasserfeste Tinten von Rohrer und Klingener derzeit. Aber kann wahrscheinlich dann auch mit der Tinte was anfangen. Martin Thomaia. Der Martin würde, glaube ich, die Tinte in mehreren Füllern gerne testen. Dann habe ich hier Thyriac. Der wird sie, glaube ich, gerne mit Sheen Machine vergleichen. Martin Sikuta. Ein Abonnent oder jemand, der meine Videos seit Anfang anguckt und auch immer mal wieder kommentiert. Würde es auch gerne haben. Watching Watches. Cooler Name. Der fand zum Beispiel den Gin toll. Der Gin schmeckt auch gut. Stefan Fein. Der hat die Tinte wohl schon und wird diese gerne verschenken. Ja, ist doch schön. Freuen sich zwei Leute. Dann habe ich hier noch O-Tinka. Findet Sheen Tinten schön und schüttet die ab jetzt. Damit die sich gut vermischen. Und zu guter Letzt habe ich hier den Thor Sten. Hat, glaube ich, schon eine Tintenprobe von der Tinte und freut sich jetzt über ein großes Glas davon. So, alle hier drin. Decke zu. Gewonnen hat Rüdiger 1959. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Schreib mir einfach bitte deine Kontaktdaten. Ich würde dir die Tinte dann zuschicken. Ja, wir sehen uns beim nächsten Review. Und das nächste Gewinnspiel mache ich dann wahrscheinlich bei 444. Ist eine schöne Zahl. 444 Abonnenten. Ja, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Alles Liebe. Alles Gute. Bis demnächst. Bis demnächst. Vielen Dank.